Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sano Animal Podcast. Ich bin Christina Fritz und heute haben wir wieder ein Thema für die Seniorenbesitzer unter uns. Die Pferde werden ja irgendwie gefühlt immer älter und wir haben immer mehr wirklich alte Pferde in den Ställen und damit natürlich auch immer mehr seniorenspezifische Probleme. Und eines der ganz wichtigen Themen gerade so zum Ende des Winters hin ist natürlich immer, mein altes Pferd hat jetzt abgenommen. Woran kann das liegen? Was kann ich dagegen tun? Das alte Pferde abnehmen über den Winter ist genauso normal wie das junge Pferde abnehmen. Also auch alte Pferde haben natürlich einen gewissen Gewichtszyklus über das Jahr. Das heißt also im Sommer, wenn sie auf die Weide gehen, dann funktioniert das mit dem Gras fressen meist noch ziemlich gut. Dann können die sich ein bisschen Vorrat anfressen und ein bisschen von dem Vorrat verlieren sie natürlich dann auch im Winter. Das Problem ist nur bei alten Pferden gegenüber jungen Pferden, dass sie oft halt übermäßig stark an Gewicht verlieren über den Winter und dann wirklich so als Klappergestell aus dem Winter rauskommen, dass man schon Sorge hat, dass einem im März der Tierschutz auf dem Hof steht, weil das Pferd so dünn geworden ist. Da sollte man also entsprechend gegensteuern, möglichst natürlich rechtzeitig und nicht, wenn das Pferd schon so dünn ist. Aber spätestens dann muss man da unbedingt gegensteuern, damit das wieder besser ist. Um gegenzusteuern, muss man natürlich als allererstes immer rausfinden, warum ist das Pferd so dünn geworden. Ein Punkt ist natürlich schlichtweg eine Infektionskrankheit. Da trifft alte Pferde viel, viel stärker als junge Pferde. Das ist so wie so eine Grippewelle auch alte Menschen viel mehr da niederwirft als junge Menschen. So ist das eben auch beim Pferd mit den Krankheiten. Das heißt, wenn dann so die Erkältungen durch den Stall gehen, irgendwelche Infekte, die halt einfach mal durch den Stall durchlaufen. Alle Pferde rufen hier, alle werden einmal krank. Die jungen Pferde stecken das relativ schnell weg. Die sind da meistens nach zwei, drei, vier Wochen schon durch. Die alten laborieren da deutlich länger rum und es frisst bei denen einfach auch viel mehr Reserven. Und es kann manchmal sein mit so einer blöden Hustenerkrankung, dass einem so ein altes Pferd wirklich innerhalb von zwei Wochen 50 Kilo an Gewicht verliert und plötzlich unglaublich rippig aussieht. Deswegen ist es mir von der therapeutischen Seite grundsätzlich immer lieber, wenn die alten Pferde ein bisschen mehr auf den Rippen haben, als man das bei einem jungen Pferd sehen würde. Also bei einem alten Pferd, alles was so jenseits der 20 ist, bin ich immer froh, wenn die lieber 50 Kilo zu viel auf den Rippen haben, weil wenn mal tatsächlich es zu einem Infekt kommt, dann sind diese 50 Kilo auch ganz, ganz schnell weggeschmolzen und dann ist man froh über jedes Gramm Übergewicht, was man vorher hatte. Also Infekte können dazu führen, dass Pferde, alte Pferde sehr rapide abnehmen. Das braucht dann einfach auch sehr lange, um das Ganze wieder aufzufüttern. Wir haben aber eine ganze Menge andere Sachen, die altersbedingt einfach sind. Da haben wir natürlich das ganz große Kapitel der Zahnprobleme. Bei alten Pferden ist das so, dass die Zähne oft schon sehr weit aus dem Zahnfach rausgeschoben sind und dann kann das halt von einem Tag auf den anderen passieren, dass so ein Zahn anfängt zu wackeln, weil er einfach nicht mehr genügend Halt in seinem Zahnfach hat. Und das geht dann meistens auch sehr schnell. Oft bemerkt man das gar nicht, weil das Pferd geht zu seinem Heu, sich hin. Und wenn man die Pferde nicht wirklich sehr gut und sehr lange beobachtet, fällt einem das oft gar nicht auf, wie viele Schwierigkeiten die plötzlich haben, das Heu zu kauen, wie viel langsamer sie kauen, dass sie vielleicht anfangen, Röllchen zu machen. Diese Röllchen werden ja oft von den anderen Pferden in der Gruppe sehr schnell auch wieder aufgefressen, dass einem das nicht unbedingt auffällt. Aber das kann halt immer passieren und auch wenn der Zahnarzt gerade erst vor vier Wochen da war, kann es sein, der hat jetzt halt einen blöden Wackelzahn und der macht dem Pferd Probleme. Auch bei solchen Zahnproblemen kann es sein, dass die wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen rapide an Gewicht verlieren, wenn die ihr Heu nicht mehr richtig kauen können. Und deswegen ist das erste natürlich überhaupt immer den Zahnarzt drauf gucken zu lassen, vollkommen unabhängig davon, wann er das letzte Mal da war. Soll bitte der Zahnarzt reingucken, soll schauen, sind alle Zähne fest oder wackelt da einer so, dass er Probleme macht. Wir haben natürlich auch bei den alten Pferden immer das Problem mit dem einfach schlechten Zahnmaterial. Also entweder fehlen tatsächlich schon Zähne. Je mehr Lücken in den Zähnen sind, umso schwieriger wird es mit dem Raufutter kauen. Oder wir haben die Zähne, die haben zwar noch alle Zähne drin, das Gebiss ist noch vollständig, aber die Zähne sind alle blank geschmirgelt. Es gibt keinen Raspel-Effekt mehr, sodass die also auch eigentlich das Heu kaum noch zerkleinert kriegen. Denen geht es dann so ein bisschen wie uns. Wer das schon mal ausprobiert hat, wir können ja den ganzen Tag auf so einem Heuhalm rumkauen, ohne dass wir das Ding jemals klein kriegen. Und so geht das eben auch den Pferden, wenn die Zähne dann blank poliert sind und sie keinen Raspel-Effekt mehr haben. Das passiert eben auch oft bei alten Pferden, gerade wenn sie noch das Gebiss vollständig haben. Das hört man auch oft beim Kauen. Wenn die Heu kauen, dann quietscht es ganz fürchterlich, wenn diese glatten Zähne eben übereinander rutschen. Auch solche Pferde kriegen ihr Heu nicht mehr ausreichend zerkleinert. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, ich muss solchen Pferden dann vorgekautes Heu füttern, sprich eingeweichte Heukorps. Anders funktioniert das nicht. Thema eingeweichte Heukorps haben wir natürlich auch immer die Tatsache, dass alte Pferde einfach langsamer kauen. Je älter sie werden, umso schlechter ist das Zahnmaterial. Das heißt, sie brauchen einfach länger, bis sie das Heu gründlich genug zerkleinert haben. Und häufig leiden alte Pferde auch unter Kiefergelenksarthrosen. Das Kiefergelenk ist ein Gelenk wie alle anderen. Das ist zwar nicht so Arthrose anfällig wie jetzt ein Kniegelenk, aber trotzdem irgendwann früher oder später kommt es auch im Kniegelenk zur Arthrose. Und dann tut das einfach weh beim Kauen. Und dann kauen die viel langsamer, was dazu führt, dass sie am Ende im Lauf des Tages einfach zu wenig Heu zu sich nehmen, schlicht und ergreifend. Je langsamer ein Pferd kaut, umso länger braucht es, um ein Kilo Heu zu zerkauen. Und wenn ich sage, ein gesundes, junges Pferd frisst ein Kilo Heu in einer Dreiviertelstunde, braucht der Rentner plötzlich anderthalb Stunden für sein Kilo Heu. Das heißt, im Lauf des Tages nehmen die einfach insgesamt zu wenig Heumenge zu sich. Deswegen sollte man bei den alten Pferden, wenn die Zähne überprüft sind und der Zahnarzt sagt, also besser geht es halt einfach nicht, ist ein altersbedingtes Gebiss, muss ich halt einfach mal auswiegen, wie viel frisst denn eigentlich mein Pferd an Heu. Das kann man relativ einfach feststellen, indem man das Pferd einfach mal für 24 Stunden separiert. Man muss den ja nicht in eine Box stellen, das kann ja ein Stück vom Auslauf sein, was man da abtrennt. Und dann kriegt der halt einfach mal ein gewogenes Heunetz. Man stopft ein großes Heunetz voll, dass man da so 20 Kilo Heu drin hat, hängt das mal an die Waage. Und wenn man weiß, gut, da sind 20 Kilo drin, hängt man das rein und lässt das Pferd das einfach mal fressen. Also man muss ja auch kein Heunetz nehmen. Man kann das auch lose in eine Heukiste machen, wenn man will. Auf jeden Fall bietet man es in der Form an, wie das Pferd sonst auch frisst. Wenn die sonst mit Netz fressen, gibt es das im Netz. Wenn sie sonst lose fressen, gibt es das lose. Und man bietet einfach eine gewogene Menge an. Und dann misst man nach 24 Stunden, kehrt man die Reste zusammen und wiegt das Ganze nochmal und schaut, wie viel ist übrig geblieben. Wichtig ist halt, dass man das Heu nicht auf den Boden macht, weil ein Gutteil davon wird dann einfach in den Dreck getreten und wird mit Mist entsorgt. Deswegen verfälscht es das Ergebnis. Deswegen wichtig also, das entweder im Netz oder in eine Kiste zu machen, wo man möglichst geringen Verlust hat. Und dann wiegt man einfach, wiegt man das Heu vorher, man wiegt es nachher und dann sieht man, okay, man hat 20 Kilo reingemacht und man hat 10 Kilo wieder rausgeholt. Und jetzt habe ich da so ein 600 Kilo Pferd stehen und ich weiß, der müsste eigentlich ein Minimum von 12 Kilo Heu fressen. Wenn Pferde frei fressen können, dann pendeln die sich immer ein, irgendwo so zwischen 2 und 3 Kilo Heu je 100 Kilo Körpergewicht. Das heißt, wenn ich 600 Kilo Pferd habe, dann müsste der eigentlich irgendwas zwischen 12 und 18 Kilo fressen. Wenn ich dem 20 Kilo reingehängt habe und hole 10 Kilo am nächsten Tag wieder raus, dann weiß ich, dass er noch nicht mal seine Minimummenge von 12 Kilo erreicht. Dann weiß ich, diese 2 Kilo, die da fehlen, die muss ich eben ersetzen durch vorgekautes Heu. Das heißt, ich wiege 2 Kilo Heukops in trockenem Zustand ab, kipp die in den Eimer, gieß Wasser drauf, lass das quellen und verfütter es so dem Pferd. Heukops können viel schneller gefressen werden, weil sie nicht gekaut werden müssen und haben den Vorteil, dass sie von der Faserlänge her ungefähr dementsprechend, was Pferde auch beim Kauen produzieren, im Gegensatz halt zu irgendwelchen Strukturhäckseln oder solche Sachen. Strukturhäcksel sollte man gerade bei alten Pferden absolut die Finger davon lassen, weil sie diese Grobhäcksel nicht zerkleiner kriegen. Ganz egal, ob das jetzt Luzerne Strukturhäcksel sind, das gibt es ja so in Plastikballen zu kaufen, solche klein gehäckselten Luzernestängel oder ob das irgendein getreidefreies Müsli ist, was mit solchen Strukturhäckseln arbeitet. Diese Häcksel können von den Pferden nicht richtig gekaut werden und wenn die abgeschluckt werden, bringen die uns hinten die ganze Peristaltik im Dickdarm durcheinander, weil diese Strukturhäcksel eben bis zu einer Woche im Dickdarm verbleiben und dann gibt es da hinten Fehlgehungsprozesse. Deswegen bitte unbedingt Finger weg, wenn wir Fehlgehungsprozesse im Dickdarm bekommen, dann kriegen wir auch immer ein Problem mit der Heuverwertung und das wollen wir unbedingt vermeiden. Deswegen nehmen wir dafür Sorgen, dass die Pferde entsprechend vorgekautes Heu in Form von eingeweuchten Heukops bekommen. Wenn die eingeweichte Heukops in einer ausreichenden Menge bekommen, dann sind die auch nicht mehr gezwungen, so schnell und viel Heu zu fressen und dann merkt man auch, dass die viel entspannter werden, entspannter kauen, dann gehen auch oft Kotwasserprobleme zurück. Bei vielen alten Pferden, die unter Kotwasser leiden, haben wir einfach das Problem, dass die, um genügend Tagesmenge reinzukriegen, dann doch das Heu zu früh abschlucken, wenn es noch nicht ausreichend zerkaut ist und das sorgt dann direkt dafür, dass es hinten zu Fehlgehungen im Darm kommt und das sehen wir dann hinten als Kotwasser. Wenn man bei solchen Pferden die Heukopsmenge entsprechend hochdreht, dann kann man zugucken, wie mit jedem Kilo mehr Heukops, was man vorne reinfindet, füttert hinten das Kotwasser ein bisschen mehr verschwindet, weil die Pferde einfach den größten Teil ihres Energiebedarfs dann über die Heukops decken können und nur noch einen kleinen Teil eben über das Heukauen decken müssen und damit kann das bisschen Heu, was sie kauen, dann auch ausreichend zerkleinert und zermahlen werden, da haben sie dann dafür die Zeit. Das sind so ganz wichtige Faktoren. Es liegt einfach daran, dass die Pferde in dem Alter nicht mehr den Kauapparat haben wie ein junges Pferd. Biologisch gesehen ist es so, dass ein Pferd halt ab 16 Jahre tatsächlich alt wird, ab 20 Jahren fangen die Zipperlein an. In der freien Natur, da wo es Raubtiere gibt, laufen normalerweise keine Pferde über 20 mehr rum, weil die einfach vom Puma oder vom Wolf gefressen werden. Das muss man einfach sich auch klar mal vor Augen führen. Alles, was darüber ist, ist ein geschenkter Tag. Es ist toll, wenn man so ein Senior im Stall hat, aber die Fütterung, die wird immer komplizierter und die ist einfach nicht mehr ganz artgerecht. Da reden wir dann einfach über Heukopszufütterung. Bitte Heukops nicht nach Volumen füttern, sondern tatsächlich nach Gewicht, also mal abwiegen. Die meisten Leute verschätzen sich gnadenlos bei der Menge. Dann sagt man, naja, der kriegt ja hier drei Schippchen am Tag, das sind doch bestimmt locker drei Kilo und dann wiegt man es nach und stellt fest, die drei Schippchen sind gerade mal anderthalb Kilo. Das ist natürlich deutlich weniger, als drei Kilo. Deswegen bitte einmal abwiegen, was ist denn in eurem Schippchen drin und dann könnt ihr immer davon ausgehen, ein Kilo Heu ist gleich ein Kilo trockene Heukops. Das heißt, wenn ihr sagt, der braucht zwölf Kilo am Tag eigentlich gefüttert, Minimum, der frisst aber nur noch sechs Kilo, dann reden wir über sechs Kilo trockene Heukops und das werden immer mehr. Je älter das Pferd wird, je mehr die Zahnprobleme werden, umso größer muss die Heukopsmenge einfach werden. Irgendwann ernährt ihr das Pferd ausschließlich noch durch Heukops. Die dürfen zwar immer auf dem Heu rummümmeln, die brauchen das Kauen tatsächlich für die Psyche, für den Zufriedenheitsgefühl, die brauchen das für die Speichelproduktion. Das machen die auch gerne, die mümmeln gern auf dem Heu rum, aber spucken dann halt ihre zusammengerollten Röllchen aus und leben eigentlich dann nur noch von den Heukops. Also da reden wir dann tatsächlich über große Mengen. Da ist es nicht damit getan, dass man sagt, naja, der kriegt doch hier ein halbes Kilo Heukops am Tag, das muss doch reichen. Heukops haben Energiegehalt wie Heu und deswegen müsst ihr ein Kilo Heu mit einem Kilo trockenen Heukops entsprechend auch gegenrechnen. Wir haben natürlich noch andere Faktoren, die damit reinspielen, ganz unabhängig vom ganzen Kauapparat. Das ist vor allem das Thema Stress. Stress sorgt im Organismus immer dafür, dass er in einen Raubbau an Energiereserven geht. Das ist einfach dadurch bedingt, dass Stress eigentlich von der Natur aus dann ausgelöst wird, wenn da ein Fressfeind kommt. Da kommt der Puma, will das Pferd fressen, also muss das Pferd vor dem Puma davonlaufen. Deswegen wird eine Stressreaktion ausgelöst. Die Stressreaktion sorgt immer dafür, dass die ganze Durchblutung aus den inneren Organen abgezogen wird und in die Muskeln gepumpt wird, sodass das Pferd also optimal vor dem Puma davonrennen kann. Das ist eine super Sache, wenn so ein Pferd in freier Natur vor dem Puma davonrennen will, dann funktioniert das Ganze. Problematisch ist, wenn nicht der Puma der Auslöser ist, sondern zum Beispiel die unruhige Offenstallgruppe. Wenn Pferde älter werden, kann man oft in Offenstallgruppen beobachten, dass die in der Rangordnung immer weiter nach unten purzeln und auch wenn die noch vor fünf Jahren Chef gewesen sind, sind sie das halt heute nicht mehr und irgendwann sind sie der Pummelknabe der Gruppe. Je größer die Gruppe, je mehr Wechsel in der Gruppe ist, je mehr Unruhe da drin ist, umso schwerer tun sich alte Pferde in so einer Gruppenhaltung. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es gibt Pferde, denen tut ihr ab einem gewissen Alter überhaupt kein Gefallen mehr. Pferde, die ihr ganzes Leben lang immer nur im Offenstall waren, kommen damit oft noch besser zurück, als wenn ihr jetzt ein Pferd habt, der 15 Jahre seines Lebens in der Box gestanden hat. Jetzt ist er 20, geht auf Rente und dann wird er in so eine Offenstallgruppe gestellt. Solche Pferde sind kreuzunglücklich. Die sind ja über 15 Jahre ihres Lebens, also quasi über ein Dreiviertel ihres Lebens sind sie daran gewöhnt gewesen, nachts ihr eigenes Bett, ihre vier Wände und ihr eigenes Fressen zu haben. Und auf einmal müssen sie sich mit einem Haufen anderer Pferde arrangieren. Das ist so, wie wenn ihr euer ganzes Leben eure eigene Wohnung habt und plötzlich müsst ihr in eine WG ziehen und müsst euch mit fünf anderen Leuten Kühlschrank und WC teilen. Das ist ein Stress für viele von den alten Pferden und es gibt ganz, ganz viele ältere Pferde, die überhaupt nicht glücklich sind, sind 24 Stunden im Offenstall zu stehen. Es gibt ganz viele Pferde, bei denen löst sich das Problem in dem Moment, wo ihr die über Nacht einfach von der Gruppe separiert. Das heißt ja nicht, dass sie in die Box gestellt werden müssen. Meistens ist es ja im Offenstall gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass es einen Integrationsbereich gibt, wo halt auch neue Pferde reingestellt werden und dann kommt der Senior halt über Nacht in den Integrationsbereich rein und hat halt da seine Ruhe. Oder ihr stellt halt ein Pferd, was ein Leben lang in der Box gestanden hat, den könnt ihr auch über Nacht wieder in die Box stellen und da ist er ganz glücklich und zufrieden. Hat seine vier Wände, hat seine Ruhe, muss sich nicht mit anderen Pferden auseinandersetzen, wird nicht vom Futter weggejagt, wird nicht vom Schlafplatz weggejagt und kann da tatsächlich zur Ruhe kommen. Und siehe da, ganz viele von den älteren Pferden nehmen auf einmal zu, bei ganz normaler Fütterung, nur weil man sie nachts aus einer unruhigen Gruppe rausnimmt. Wenn ich natürlich sage, ich habe meine drei Pferde hinter dem Haus, die stehen schon seit 20 Jahren zusammen, das sind die besten Kumpel, dann ist es nicht so toll, wenn ihr ein Pferd dann komplett rausnehmt. Da kann es dann schon sein, gerade wenn ihr große Mengen Heukopfs füttern müsst, dass es sinnvoll ist, einen über Nacht zu separieren, dass man einfach diese riesen Heukopfs-Mengen fressen kann. Aber da kann man das oft machen, dass man dann einfach eine Schnur spannt und sagt, hier kriegst du halt deinen eigenen kleinen Bereich und dann kriegst du deinen großen Kübel Heukopfs rein und da kannst du jetzt in Ruhe mümmeln die ganze Nacht und kannst hier schlafen, aber die anderen sind ja direkt auf der anderen Seite und ihr habt einen direkten Kontakt und dann ist das auch alles in Ordnung. Also da gibt es schon solche Möglichkeiten. Da kann man sich dann auch Sachen bauen, dass man sagt, der hat seinen eigenen Bereich, wo wir den abends reinstellen mit seinem großen Heukopfs Kübel und dann hat er ein Einwegtor, sodass also wenn er dann keine Lust mehr hat, da separat zu stehen, kann er wieder zu den anderen dazugehen, kommt, aber die anderen kommen nicht rein. Das lernen die also ganz schnell, wenn sie einmal raus sind, kommen sie nicht zurück und dann bleiben sie meistens so lange drin, bis sie dann ihre Heukops aufgemümmelt haben, schlafen vielleicht noch ein Stündchen und dann gehen sie wieder zur Gruppe zurück. Dann könnt ihr den Pferden da auch die Wahl lassen. Wenn man solche Möglichkeiten hat, kann man sowas bauen. Aber gerade eben so in großen Einstellbetrieben, wo man so ein Pferd unter vielen ist, schaut, dass das Pferd in der Nacht dann irgendwo separiert wird, dass der einfach mal zur Ruhe kommt. Wenn die zur Ruhe kommen, dann legen die sich oft auch wieder zum Schlafen hin. Auch das ist ein großes Problem in vielen unruhigen Offenstellen, wenn die Pferde älter werden. Dadurch, dass ja ständig irgendeiner kommt und einen wegscheucht, trauen die sich oft nicht mehr ausreichend, sich hinzulegen und dann im Liegen zu schlafen. Und dann fehlen denen einfach die Tiefschlafphasen in der Nacht. Pferde brauchen irgend sowas zwischen ein und drei Stunden Tiefschlaf in der Nacht und die müssen tatsächlich auch mal, sag ich mal, so eine halbe Stunde, Stunde am Stück richtig tief schlafen können. Tiefschlaf haben die nur, wenn die sich hinlegen. Pferde können im Stehen dösen, aber sie können nicht tief schlafen. Um also in diese Remschlafphase, diese Tiefschlafphase zu kommen, müssen sie unbedingt abliegen können. Und das geht nur, wenn ich entweder eine sehr ruhige, friedliche Gruppe habe, wo sich dann tatsächlich alle meine drei Pferde hinlegen und pennen oder halt zwei liegen und einer passt auf. Oder wenn das Pferd halt einfach seinen geschützten Bereich hat. Wenn die Pferde nicht die Möglichkeit haben, sich ausreichend zum Schlafen hinzulegen, dann haben sie Stress, definitiv. Das können die zwar mal für ein paar Tage kompensieren, aber spätestens nach zwei Wochen kriegen die Probleme. Und sie neigen dann auch sehr zu dem, was man eben immer so als Narkolepsie bezeichnet, was eigentlich gar keine Narkolepsie ist. Das heißt, dass die Pferde beim Dösen umfallen. Und die fallen nicht um, weil sie eine Störung vom Schlafzentrum haben, wie ein Mensch mit Narkolepsie, sondern weil die einfach so hundsmüde sind, dass sie irgendwann einfach aus dem Dösen heraus umfallen und in den Tiefschlaf fallen. Und dann liegen die manchmal da für zehn Minuten oder sowas, zucken da vor sich hin. Das ist halt genau diese Remschlafphase. Und dann schrecken sie hoch und springen auf und sind völlig in Panik und völlig desorientiert. Solche Pferde fallen oft nur dadurch auf, dass sie permanent offene Stellen haben an den Fesselköpfen oder an den Karpalgelenken vorne. Also genau da, wo sie halt beim Stürzen dann drauf fallen. Da haben sie so kreisrunde Löcher und man kriegt die einfach nicht zu. Man schmiert und sprüht und macht und tut und kriegt diese Löcher einfach nicht zu. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob man ein Pferd hat, was eben beim Dösen zusammenbricht, kann man sich auch mal so eine Überwachungskamera installieren. Die gibt es mittlerweile für relativ günstiges Geld und dann kann man halt auch mal beobachten, was macht denn mein Pferd überhaupt in der Nacht. Die gibt es so mit Infrarot, dass man also auch sehen kann, was passiert in deiner Dunkelheit. Und dann ist man oft erschüttert, wie viele Pferde nachts beim Dösen wirklich schwanken, zusammenbrechen, irgendwo gegen die Wände knallen. Das ist nicht lustig für die Pferde. Deswegen guckt, dass ihr solche Pferde tatsächlich über Nacht separiert, dass sie eine dick eingestreute Box haben, wo sie dann auch, wenn sie fallen, dann weich fallen und dann auch richtig schlafen können. Und ganz viele Pferde fangen wieder an, sich hinzulegen, wenn sie die Sicherheit haben, hier sind meine vier Wände, hier ist mein Bereich, hier kommt kein Ranghörer, der mich von diesem Schlafplatz wegscheucht. Ansonsten ist dieses Rumgescheucht werden, gerade für alte Pferde, oft ein riesengroßer Stressfaktor. Und dieser Stress sorgt dafür, dass die immer mehr abbauen, weil die halt einfach ihre Nährstoffe nicht mehr richtig verwerten können im Darm, sondern permanent Raubbau und in Reserven treiben. Zum Thema Stress kommt natürlich auch dazu das Thema chronische Schmerzen. Das ist natürlich bei alten Pferden immer ein Problem. Je älter die Pferde werden, umso mehr Arthrose-Probleme haben wir. Und Arthrose ist halt vor allem bei feuchter Kälte schmerzhaft, also halt über den ganzen Winter. Trockene Kälte macht den Arthrose-Pferden nicht so viel aus, damit kommen die ganz gut zurecht. Aber feuchte Kälte ist einfach ein riesengroßes Problem. Und gerade wenn man so nasskühle Sommer hat, nasskühle Winter hat, Entschuldigung, dann ist das ein Riesenproblem, weil die wirklich chronische Schmerzen haben. Es gibt einiges, was man tun kann gegen solche Arthrosen. Also man kann nichts therapeutisch dagegen tun, dass das weggeht. Arthrose ist nicht reversibel. Man bringt das Gelenk nicht wieder so in Ordnung, dass es wieder tippitoppi ist. Aber man kann den Pferden zumindest Schmerzen nehmen und man kann den Knorpelzerfall auch ausbremsen. Knorpelzerfall ausbremsen kann man, indem man den Pferden Glucosaminsulfat zufüttert. Das ist der Knorpelnährstoff. Kriegt ihr zum Beispiel als Synophyt zu kaufen. Das ist reiner, blanker Knorpelnährstoff. Das ist eigentlich der Wirkstoff aus der grünen Lippenmuschel. Nur, dass halt Glucosaminsulfat reiner Wirkstoff ist, ohne das ganze Muschelfleisch mit dabei und all dessen Probleme. Damit habt ihr genügend Nährstoff für den Knorpel drin in der Synovialflüssigkeit, dass ihr zumindest mal da den Abbau etwas rauszögern könnt und dass teilweise sogar wieder neuer Fasernknorpel aufgebaut wird. Der Fasernknorpel ist zwar nicht so gut wie der Hyaline-Gelenkknorpel, aber er ist besser als nichts. Außerdem kann man entzündungshemmend arbeiten. Ganz klassisch natürlich hier die Teufelskralle. Teufelskralle ist die Wurzel von der Teufelskrallenpflanze und die wirkt ganz stark entzündungshemmend bei Arthrosen. Die braucht etwa so 14 Tage, bis sie einen Wirkstoffgrad erreicht hat. Also nur mal zwei Tage füttern und dann wieder absetzen bringt nichts. Das müsst ihr also mindestens 14 Tage am Stück füttern, um dann wirklich einen Effekt zu sehen. Und dann hat die aber eine sehr stark entzündungshemmende Wirkung. Wenn ihr die absetzt, braucht es auch entsprechend wieder etwa zwei Wochen, bis die aus dem System raus ist. Und dann kann man, wenn so im Herbst das nasskalte Wetter losgeht, dann auch mal so sechs bis acht Wochen Kur machen. Und oft ist es dann so, dass die Pferde danach dann ganz gut über den Rest des Winters kommen. Gegebenenfalls im Frühjahr noch mal so eine kleine Kur, wenn es noch mal richtig nasskalt wird. Und dann kriegt man die damit ganz gut über den Winter gewuckt. Problematisch an der Teufelskralle ist, dass man die nicht geben kann, wenn die Pferde Magengeschwüre haben. Es haben ja viel mehr Pferde Magengeschwüre, als man denkt. Und gerade wenn ich so einen Rentner habe, der viel rumgejagt wird in seiner Offenstahlhaltung, dann hat er unter Garantie stressbedingte Magengeschwüre. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, dass man denen keine Teufelskralle geben kann. Was sehr gut funktioniert, ist CBD-Öl. Also bitte nicht verwechseln mit Hanföl, sondern das ist CBD-Öl. Das CBD wird extrahiert aus der Hanfpflanze und wird dann in Trägeröl eingemischt. Das hat eine sehr stark schmerzstillende Wirkung. Das läuft über dieselbe COX-2-Kaskade wie das Schmerzmittel vom Tierarzt. Nur, dass die Schmerzmittel vom Tierarzt eben sehr weit oben in dieser Schmerzkaskade ansetzen, weshalb sie eben als Nebenwirkung auch Magengeschwüre verursachen können. Und das macht das CBD-Öl nicht. Das setzt ganz unten in dieser COX-2-Kaskade an und hat deswegen eben nicht diese Magengeschwürnebenwirkung. Hat aber eine sehr stark schmerzhemmende Wirkung. Leider ist CBD-Öl als Futtermittel mittlerweile verboten. Also es ist von der Einzelfuttermittelliste runtergenommen worden von der Deutschen Futtermittelbehörde und die führen da gerade einen ziemlichen Feldzug gegen das CBD-Öl. Ihr bekommt es aber nach wie vor zu kaufen. Man bekommt es als Pflegemittel zu kaufen und es hat wirklich eine geniale Wirkung tatsächlich, was Schmerzhaushalt angeht und ist eben geeignet für Pferde mit Magengeschwüren. Deswegen ist das immer noch so ein kleiner Umweg, den man gehen kann. Sonst eben, wenn die keine Magengeschwüre sind, Teufelskralle. Und in beiden Fällen kann man eben das Synophyt dazugeben als Knorpelnährstoff. Damit kriegt man die also ganz gut drüber. Was ihr nicht machen solltet, ist sowas wie CBD-Öl oder Teufelskralle kombinieren mit Ingwer. Ingwer hat nämlich eine ganz andere Wirkung. Ingwer fördert Entzündungen und wird normalerweise verwendet, um das Immunsystem in Schwung zu bringen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer so ein paar nasskalte Tage habe und die Arthrose so ein bisschen vor sich hin dümpelt, dann gibt man normalerweise Ingwer. Nach der chinesischen Medizin heizt Ingwer. Das heißt, er heizt das Immunsystem an. Er fördert die Entzündung und das sorgt dafür, dass das Immunsystem anspringt und dann tatsächlich mal eine richtige Entzündungshemmung vornimmt. Das ist relativ sinnlos, dann Ingwer mit sowas wie Teufelskralle zu kombinieren, weil die Teufelskralle hemmt die Entzündung und Ingwer schiebt sie an. Also das ist komplett schwachsinnig. Deswegen Ingwer bitte nur über kurze Zeiträume, so drei bis fünf Tage einsetzen. Und den gibt man normalerweise, wenn es so im Lauf des Sommers so nasskalte Wetterperioden gibt. Wenn man sagt, Mensch, wir haben jetzt mal eine Woche Schlechtwettereinbruch, es ist nasskalt, mein Arthrotiker humpelt so ein bisschen vor sich hin, dann könnt ihr die mit Ingwer da ganz gut rüberheben. Je weniger Stress euer Rentner hat, umso, je weniger Schmerzen er hat, desto weniger Stress hat er. Je weniger Stress er hat, umso besser kann er sein Gewicht halten. Deswegen das ganze Thema Schmerzmanagement. Selbes gilt natürlich auch, wenn ich einen Rentner habe, der so ein chronischer Hufrehekandidat ist. Da müsst ihr immer hinterher sein, dass es dem von den Füßen gut geht. Denn wenn ihm die Füße wehtun, hat er natürlich auch entsprechend Schmerzstress und damit auch einen überlasteten Stoffwechsel. Das ist gar nicht so leicht, die alten Herrschaften so zu managen, dass sie ein stressfreies Leben haben, schmerzfreies Leben und ausgereichend gefüttert werden. Es hilft, wie gesagt, sehr bei den meisten Pferden, wenn die so nachts ihren eigenen Bereich haben, wo sie dann zur Ruhe kommen können. Wenn die auf jeden Fall Heu satt haben und dann möglichst auch viel Heukopps zur Verfügung haben, das geht ihr mit dem Separieren wiederum ganz gut, dass man da auch ordentlich Heukopps reinfüttern kann in so ein Pferd. Dann haben sie halt über Nacht den riesengroßen Kübel. Irgendwann ist der dann auch leer. Und schaut, dass ihr die Zähne im Auge behaltet und die Pferde auch gut beobachtet, was das Thema Schmerzen angeht, dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Die Heukopps sind immer eine ganz gute Ergänzung. Es gibt aber Pferde, die kriegen Heukopps satt und kommen trotzdem relativ schlecht, gerade über den Winter rüber. Dann solltet ihr immer schauen, dass ihr ein bisschen mehr Eiweiß in die Ration reinnehmt. Bitte lasst die Finger von irgendwelchen Stärketrägern. Stärke, also sprich Getreide, wird im Dünndarm umgesetzt zu Zucker. Zucker geht ins Blut und muss in Bewegung umgesetzt werden. So ein Senior bewegt sich aber gar nicht so viel, dass die Muskulatur jetzt diese ganzen Zucker verbrauchen würde. Und dann kriegen wir einfach riesengroße Probleme. Dann können wir uns eine Insulinresistenz hinfüttern. Wir können den lymphatisch füttern und ich weiß nicht was alles. Deswegen bitte Finger weg von Zucker und Stärke in der Fütterung. Wenn euch der mit Heu und Heukopps nicht genug zunimmt oder wenn er trotzdem weiter abnimmt, dann schaut, dass ihr ein bisschen mehr Eiweiß reinnehmt und zwar am besten faserbasiertes Eiweiß. Also optimal ist es, dann hier zum Beispiel Aspasette zuzufüttern. Die sorgt halt über ihre Gerbstoffe dazu, dass insgesamt das Darmmilieu stabilisiert wird, was den Rentnern ganz gut tut. Denn wenn die Pferde alt werden, dann kriegen die halt auch gerne so ein bisschen linksseitige Herzinsuffizienz, also dieses Altersherz. Und damit kriegen die nicht mehr genügend Druck auf das Blutkreislaufsystem. Und das sorgt in Folge dafür, dass die Peristaltik nicht mehr so richtig rund läuft und damit eben auch die ganzen Verdauungsprozesse im Darm nicht mehr so optimal ablaufen. Mit der Aspasette haben wir hier gute Erfahrungen gemacht, wenn ihr die mit dazu füttert, weil durch die Gerbstoffe einfach das Darmmilieu stabilisiert wird. Die Bitterstoffe regen den Gallefluss an und die Galle, die regt auch die Peristaltik an, sodass das Ganze wieder in Schwung kommt. Gallenflüssigkeit wirkt außerdem vollnesshemmend und damit kriegt ihr den Darm deutlich besser stabil. Und ihr habt damit dann nicht nur mehr Eiweiß in der Ration, sondern die Gesamtration wird auch besser verwertet, wenn ihr da ein bisschen Aspasette reinnehmt. Bei der Aspasette schaut einfach, dass ihr mit einer kleinen Menge anfangt, so mit einer Kaffeetasse voll und dann die Menge langsam steigert. Das hängt halt ein bisschen ab davon, wie groß ist euer Pferd, wie schwer, wie viel hat er abgebaut und so. Also als Faustregel gilt immer, bei einem Warmlüter mit 600 Kilo nicht mehr als drei Kilo pro Tag. Da müsst ihr euch bei eurem Pferd ein bisschen ranschleichen. Bei den meisten Pferden reicht es, wenn man irgendwo so bei einem Kilo Aspasette sich einpendelt, dann nehmen die ganz gut zu. Und in dem Moment, wo die zunehmen, haltet ihr einfach die Menge, bis ihr sagt, so jetzt ist er wieder in einem guten Zustand und dann könnt ihr das reduzieren. Wenn euer Pferd noch gut Weidegras fressen kann, dann spätestens im Frühjahr zur Anweidezeit die Aspasette runterfahren, weil Gras schon sehr viel Eiweiß mitbringt. Dann nur Weidegras und entsprechend Heu und Heukops anbieten, um den über den Sommer im Futter zu halten. Und dann guckt, dass ihr dem Pferd über Sommer lieber ein bisschen was ranfüttert, also auch über den Sommer da lieber mit den Heukops dranbleiben, dass der zu der Weide dann noch die Heukops hat und dann wieder lieber mit ein bisschen Übergewicht in den Winter reingeht, damit ihr einfach Reserve habt, wenn dann doch was passieren sollte. Das geht im Winter dann immer ganz schnell bei den alten Pferden. Espasette ist bei den alten besser geeignet noch als Luzerne, einfach über diese darmstabilisierende Wirkung. Und deswegen ist das eine ganz gute Ergänzung noch über den Winter. Ja, ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht und hat euch ein paar Tipps gegeben, wie ihr mit eurem Rentner besser über den Winter kommt, gerade wenn sie dann schon abgenommen haben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was für Sorgenkinder das sind. Sie sind Charakter natürlich ganz großartig. Sie haben einen wunderbaren Witz, sie haben eine Lebenserfahrung, sie können einem wahnsinnig viel geben. Aber vom Fütterungs- und Stoffwechselmanagement wird halt so ein Rentner immer aufwendiger und immer teurer. Und da muss man einfach ein bisschen andere Rücksicht nehmen, als man das bei so einem 6-, 7-, 8-Jährigen machen muss, den man einfach in den Offenstall schmeißt und sagt, passt schon. Also da müsst ihr einfach ein bisschen Rücksicht nehmen aufs Alter. Da funktionieren manche Sachen nicht mehr so wie bei jüngeren Pferden. Dann hoffe ich, ihr habt Tipps, Tricks mitgenommen und der Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und unseren Podcast auch anderen Seniorenbesitzern weiterempfehlt. Und schaut mal rein, wir haben noch viele andere Podcasts, stöbert ein bisschen rum. Vielleicht ist noch das eine oder andere Thema für euch dabei.